Du hast den Feldsanitäter als Klasse ausgewählt, aber deine Drohne will einfach keine Kameraden wiederbeleben? Dann pass jetzt ganz genau auf. Wenn ein Kamerad im Kampf gefallen ist und du ihn mit deiner Drohne nicht wiederbeleben kannst, dann liegt das vielleicht daran, dass du die falsche Drohne benutzt. Denn mit der Aufklärungsdrohne lässt sich niemand wiederbeleben, auch nicht als Feldsanitäter. Die spezielle Drohne, mit der du deine Kameraden wiederbeleben kannst, ist die Sanitätsdrohne, die Klassentechnik des Feldsanitäters. Die benutzt du am PC mit der Y-Taste. Auf Konsolen weiß ich es leider nicht, weil ich selbst keine Konsole besitze, aber du weißt bestimmt selbst, wie du dort die Klassentechnik benutzt. Zur Not schau einfach schnell in die Klassendetails des Feldsanitäters, denn dort steht auch, welche Taste du drücken musst. Um dann mit der Sanitätsdrohne einen Kameraden wiederzubeleben, fliegst du einfach nah an ihn heran und zielst auf ihn. Sobald sich der Kreis in der Mitte des Bildschirms grün färbt, kannst du den Kameraden mit der Schießen-Taste wiederbeleben. Am PC ist das die linke Maustaste. Also merke, nicht die Aufklärungsdrohne benutzen, sondern die Klassentechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017